Hallo und Willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Ja. Also diesmal mit einer neuen Minecraft Version. Soweit ich weiß, ist heute die also die 13W 36B rausgekommen. Wie ihr seht, die Zuckerrohtexturen haben sich ein bisschen geändert. Ja, warum sag ich ein bisschen? Ich meinte ziemlich. Ja, und so wie ich gehört habe, soll es neue Blumen geben. In neuen Biomen. Also Biomen. Also diesmal werden wir uns haufen, also diesmal werden wir einfach nur noch die paar der neuen Biomen erkunden. So wie ich gehört habe, soll es Eisbiomen. Und es sollen auch, so wie ich gehört habe, bei Kirschbäumen eingefügt werden. So. Ja, die Eisbauer haben sich ein bisschen geändert, also die Taun-Ainstellung. So wie ihr seht, Nun würde ich sagen, gehen wir mal los. So wie ihr seht, Ja, die Einsblaschen haben sich ein bisschen geändert, also die Taun-Ainstellung. Oder... Ja, ich geh mal los. Oder... Nee, wir haben kein Essen dabei. Na, super. Spät noch, ohne Essen losgehen. Auf jeden Fall dieser Snapshot ist echt cool. Ich hab auch ein bisschen... Ja, mal ein bisschen rumgetestet. Diese neuen Blumenarten und so. Neuen Block. Die namens Potsoul. Ja, das... Das ist ein... Ja, das ist ein neuer Erdblock. Und es gibt einen Erdblock, auf dem kein Gras weckt. Ein bisher unbekannten Block. Neues, neues... Wie dieses Packet-Eyes. Und noch viele andere Sachen. Und ich... Vielleicht sind immer das eine Bio-Darm-Clippe. Wenn wir das finden... Schreibt mal in die Kommentare, was wir dann darauf bauen sollen. Das... Ja, nämlich... Falls ihr Ideen hättet, was wir denn darauf bauen könnt. Nämlich... Ich hätt nämlich auch schon ein paar Ideen. Aber... Ich... Es geht ja hier um, dass wir... Dass wir spielen. Deswegen... Ich höre es einfach mal auf. Ich... 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 Oh, ja, dann... Ich... Dann... Dann... Dann. Dann bauen wir das mal ab. Ja... So, da gibt es da noch meinen, ach nein, den Raum da vorne gibt es auch noch, den Captain bauen, ja, die beiden Nebenräume werden auch noch da, wenn ich drüber bringe, der ist cool, da könnte man einfach locker aus dem Stock bringen, ja, ich werde überlegen, ob ich noch das Haus, äh, ihr könnt mir ja mal überlegen, das Haus noch, wenn das fertig ist, erstmal die nächste Etage auf zwei, also nochmal eine Etage aufzurusten, da sind nicht eins, noch eine, also das in diesem Erdgeschoss erste und zweite Ogege, ja, so, was mache ich da überhaupt, ah, ein paar Kohleblöcke, die sind echt cool, ein Block sind genau wie sie, kann genau, ein 64, könnte bei 64 Eisen, hier, schmelzen, passen wir mal, mal wieder ein, ja, jetzt geht's los, mach Dings, Essen, 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 noch ein paar Dings, vielleicht sehen wir an dieser Folge noch ein paar, ja, ich hab auch ein Gefühl, ob die die Wassertextur ein bisschen verändert haben, oh, dann sind wir da immer schnell wieder neu, ich hab wirklich das Gefühl, ob die die Wassertextur ein bisschen verändert haben, hier haben die, ja, gibt's die Blumen, so wie ich gehört hab, die, und, äh, die Nimmerheimgruppen, die Blumen, also, die, die Rosen, gibt's nicht mehr, da hat er nur unter anderer Textur, da ist ein Malzuckerrohr, der Bambus ja gesagt, äh, wie soll man nochmal hieß, alles drauf, ja, das gibt's auch nicht mehr, das gibt's, das ist jetzt leicht grün, ja, nicht leicht etwas grün, also, nun geht's los, nun gehen wir jetzt in Richtung ein Spiel, ich hab ein Gefühl, ob ich da was, das könnte sein, nämlich, dass ich da, sag, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, da, oder größer, dass ich da, ein neues Spiel umbefinde, wegen der Warme, da kann ich die neue, konvertieren. Hier, das seht ihr, die neuen Blumen, ja, das ist die neue Rosentextur, die sind leider bloß noch aus englisch, für englisch. Dann haben wir ein paar Blumen mit, die wir später haben, so, und, äh, ich kann ja schon mal ein paar Biome sagen, die es gibt, ja, ein paar kenne ich, die ich schon mal, heute hier erforscht hab, sind, wie hieß denn, Flower Forst, also, ein ziemlich blumiger Wald, dann war's noch, noch so, Zwei andere Biome, die ich nicht kenne, ah, Savanne, den Canyon-Biome hab ich leider nicht gefunden, das hab ich leider nicht gefunden, aber das will ich auch noch nicht finden, das, das Biome will ich ja mit euch finden. Ja, da, da.